Lass sie nur lachen. Bald werden sie sich vor dir verneigen. Also übermorgen erwartet man sie in den Ateliers der Ufa. Es ist mir eine Ehre. Ich könnte vor Stolz zersprengen. Ich habe eine Villa gekauft. Wie? Wer ist die Frau? Neda Barov. Hier findest du niemanden, der so schön wäre, fröhlich. Oder so intelligent wie Gilberts. Warum darf ich nicht drehen? Das Volk wünscht es nicht. Ich habe einen Verbrecher geliebt. Ein Verbrechen ist das doch nicht. Gerät. Das Volk wünscht ich mir.